Hallo aus dem Lockdown. Hallo zusammen. Wir wollten uns mal wieder melden und dass wir keine Regelbrecher sind. Das erkennt man. An unsere Frisuren. Wisst ihr was, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Sehnsucht nach meinem Friseuse habe. Also wir sind jetzt einfach unterwegs, ein bisschen spazieren und gehen dann natürlich zu unserem Gustl, der sehnsüchtig auf uns wartet. Wir zeigen euch mal, wo er steht. Ja und vor allen Dingen, wir wollten uns einfach melden, weil wir haben so viele liebe Zuschriften bekommen, die nachgefragt haben, wie es uns geht. Und dann haben wir gedacht, okay, verbinden wir unseren Spaziergang und melden uns einfach. Jawohl und jetzt gehen wir zum Gustl und dann klären wir die Welt. Ja, genau. So machen wir das jetzt. Also, wir marschieren jetzt zum Gustl. So, schön, dass wir mal wieder in unserem Wohnmobil sitzen. Wir haben nämlich auch Entzugserscheinungen. Also, wenn ich mir die Bremsscheiben anschaue, die sind komplett verrostet. Du musst den Rost wegbremsen, wenn wir wieder losfahren können. Wir waren nämlich gar nicht mehr unterwegs. Also, der steht jetzt seit... Ich glaube seit dem 6. Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Also seit Anfang Dezember, da waren wir ja noch mal unterwegs in Konstanz. Da haben wir ein Video gedreht. Ja. Und seitdem steht der still. Ja. Also, ich bin gespannt, was das mit dem Reifen macht. Denn 4,5 Tonnen auf dem Reifen, das ist ja ohnehin nicht so unproblematisch. Der eigentlich gehört er aufgebockt. Ja, ja. Und was ich jetzt auch vorhin sehr habe, also das Auto wird immer dreckiger und dreckiger und dreckiger. Ja. Also, es ist schon an manchen Stellen ganz schwarz. Man könnte meinen, der rostet so vor sich hin. Oder ne, nicht rostet. Aber halt, ja. Ja, tut uns leid. Wir wollten euch auf jeden Fall erstmal berichten, wie es uns unter Covid-19 geht. Ja. Genau. Also, erst einmal sind wir gesund. Jawohl, das ist natürlich sehr wichtig. Und... Wir waren nicht angesteckt. Ja, bis jetzt ist bei uns alles gimpflich vorbeigegangen. Und so wie die Europäische Union das ja alles wunderbar organisiert hat, wenn man sehr schnell geimpft hat. Okay. Hahaha. Das dauert, wie das aussieht, ja. Da blärends ja alle und schreien, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Man redet schon von Impfpflicht und dabei ist ja immer was da. Ja, genau. Also, das ist natürlich schon ein bisschen irgendwas nicht so tolles. Also, ein Komiker hätte es nicht besser hinkriegt. Ja, genau. Also, wenn es nicht so traurig wäre, muss man natürlich dazu sagen. Ja. Also, da können wir jetzt nur noch abwarten, bis sich die Lage wieder verbessert. Ja. Also, uns persönlich geht's gut. Danke eurer vielen Nachfragen. Ja. Das ist ganz lieb von euch. Das hat uns natürlich schon sehr gefreut. Wir sind halt viel unterwegs, spazierend. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, nicht reisemäßig, sondern Spazierer. Und ich glaube, ich kenne jetzt jeden Stein hier in der Gegend, oder? Ihr wisst ja, also, wer schon länger bei uns dabei ist. Wir wohnen ja noch nicht lang hier in der Gegend. Und wir kennen uns jetzt da ganz gut aus. Ja. Also, jetzt kennen wir uns wirklich aus. Wie gesagt, jeden Stein kenne ich jetzt. Und jede Weintraube persönlich. Ja. Ja. Also, wie lebt es sich denn in der Quarantäne? Also, ich sage immer, wir sind ja eigentlich auch in Quarantäne. Denn außer, dass wir eben spazieren gehen und einkaufen gehen, einmal die Woche maximal. Ja, sind wir eigentlich auch nur noch zu Hause. Und uns fällt auch langsam die Decke auf den Kopf. Nicht langsam, sondern schon ziemlich. Ja, also, wir sind auch schon ziemlich gefrustert über alles. Und wir sehnen nichts mehr herbei als unsere Reise. Eins hat das Ganze natürlich für sich. Wir haben es euch ja gezeigt beim Weihnachtsvideo, dass da Bäckchen angekommen sind für mich. Ja. Und ich bin da komplett auf den Apfel umgestiegen. Also, die Videos schneide ich jetzt in Zukunft mit dem Apple. Das ist ein kleines handliches Gerät, was wir uns dazu gelegt haben. Ja. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht so ohne. Ja. Denn von Windows. Ich habe ja jetzt mein ganzes Leben lang Windows gemacht. Also, noch zu MS-DOS-Zeiten. Ja. Und habe immer Apple-Produkte gemieden. Und jetzt muss ich feststellen, dass ich das eigentlich schon länger hätte benutzen sollen. Ja. Also, ich habe jetzt da den kleinen 13 Zoll mit dem neuen Chip von Apple. Und das macht einen ganz guten Eindruck. Also, wir haben online einiges bestellt, was wir normalerweise natürlich auch im Geschäft kaufen würden. Aber wir haben uns da auch online dazu hinreißen lassen, weil die Geschäfte zu sind. Da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Ja. So traurig das ist für die Geschäfte natürlich. Ja. Aber so muss man halt dann online so eine Geschäfte tätigen. Naja, jetzt steht wenigstens nicht mehr so ein riesen Kasten hier auf dem Tisch, nimmt weniger Platz weg, ist leichter zum Transportieren. Und ja, und jetzt werden wir mal sehen, wie du damit arbeiten kannst. In der Zwischenzeit geht es, glaube ich, ganz gut. Am Anfang, muss ich euch echt sagen, er hat gejammert, gejammert, weil alles totale Umstellung ist, viel komplizierter oder halt, was heißt komplizierter wahrscheinlich nicht. Es ist halt einfach anders. Er musste sich umlernen. Und da hat er natürlich gejammert. Und sie hat immer gesagt, selber schuld. Ja, ich habe gesagt, ich will gar nichts hören, du bist selber schuld, du hast dir zugelangt, jetzt schau, wie du zurechtkommst. Ich bin in dieser Beziehung schon ziemlich... Brutal. Er sagt immer, ich sei da brutal. Aber er hat es ja so eine Rolle. Naja, okay. Also das haben wir jetzt, gell? Und jetzt schauen wir mal, wie man zurechtkommt. Also dieses Video schneiden wir das erste Mal mit dem Apple und mit dem neuen Programm. Aha. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt und dass da... Ob überhaupt ein Film zustande kommt. Ja. Ah ja, das kriegst du schon hin. Ja. Ja, und was gibt es denn sonst Neues bei uns? Ach ja, der Helle macht ja den Drohne-Führerschein. Ja, genau. Es gibt ja diese neue Drohnen-Verordnung. Ich habe das ja mal bei Facebook und ich glaube auch auf YouTube in Community gepostet. Man kann ja jetzt diesen Online-Führerschein machen. Da gibt es drei Stufen. A1, A2, A3. Und die A1, A3, die ist notwendig, damit man überhaupt zur Drohne betreiben darf. Mit Kamera dran. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf. Das ist ja schon wieder ein Monat her. Und den kann man kostenlos zurzeit beim Luftfahrtbundesamt ablegen. Steht bei uns in der Community drin und auf Facebook, glaube ich, habe ich es auch gepostet. Ja. Den habe ich mir gleich zugelegt. Und dann hat uns der Drohnenspezialist Uwe, kennt ihr ja von Iris und Uwe Swomo-Welt, kontaktiert und hat gesagt, er möchte gerne den A2 machen, weil mit dem darf man dann noch mehr machen. Also bis zu fünf Meter an Menschen heranfliegen und lauter solche Dinge. Was man natürlich nicht macht, weil das nervt. Also an fremde Menschen. Man darf ja und also unter gewissen Voraussetzungen natürlich und man darf mit der Drohne dann wesentlich mehr machen, wenn man den A2 macht. Der ist allerdings kostenpflichtig, nicht ganz billig und den machen wir im März. Da haben wir uns angemeldet zu einem Lehrgang. Das ist ein Tageslehrgang und da muss man dann auch eine praktische Prüfung ablegen. Und das werden wir dann im März machen und natürlich auch im Video berichten. Das mit der praktischen Prüfung, da sehe ich keine Schwierigkeiten. Schließlich hast du ja beim Uwe schon mal eine Prüfung abgelegt, oder? Ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern an unser Video damals, als wir uns ja getroffen haben. Das war, wann war denn das? Die Spargelzeit, wann war er? Ja, das war nach dem ersten Lockdown war das. Nach dem ersten Lockdown, ja genau. Da haben wir ja so ein Video gemacht, wo der Uwe im Helle einige Tricks gezeigt hat. Genau, die auch sehr hilfreich waren. Ah ja, und das nächste ist, aber das ist erst Ende September, am 30. September bis zum 3. Oktober. Da sagen wir jetzt gar nicht, wir spielen das Intro ein. Okay. Nein, das ist kein Intro, das ist ein Trailer. Dann spielen wir einen Trailer ein. Und dann sagen wir dazu. Ja. Also. Das ist ein Trailer. Das ist ein Trailer. Also, das ist die Messe Freiburg. Jawohl. Und wenn ihr da damit nichts anfangen konntet jetzt im ersten Moment. Also, diese Messe findet im, das ist auch so eine Caravanmesse. Ja. Und die findet eben in Freiburg statt. Und der Aki, viele von euch werdet ihn auch kennen von FanFan, der organisiert das alles. Da wird dann so ein WOMO-Camp oder, ne, was nennen sie es? Fan-Life-Camp. Ja, irgendein so ein Camp. Und wir sind geduldet praktisch. Nein, und wir, Aki hat uns gefragt, ob wir Interesse dran hätten, da mitzumachen. Und da haben wir gesagt, ja, warum nicht? Wir sind sowieso offen für alles und da wollen wir jetzt mal mitmachen. Und da hat es noch ganz viele andere, also auch YouTuber und auch Blogger. Ja. Und es ist alles gemischt vom VW Bulli bis zum, naja, bis zum Gustl. Also auch Kastenwege und halt alles. Wohnwagen ist, glaube ich, sogar dabei. Also es ist ein total bunt zusammengewürfelter Haufen. Und der einzige, den wir jetzt davon persönlich kennen, das ist der Aki. Ja, und also ich bin da richtig gespannt und auch neugierig, wie das dann wird. Und da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, uns sogar persönlich dann kontaktieren. Ja, also da können wir uns dann persönlich treffen. Und so, wenn ich das auch schon richtig mitbekommen habe, werden wir, ich glaube, fünf mal zwei Eintrittskarten, bekommt jeder von uns, die wir dann verlosen können. Messe Freiburg, 30. September bis 3. Oktober 2021, vorausgesetzt? Ja, wir sind geimpft. Nein, vorausgesetzt natürlich, dass alles wieder einigermaßen normal läuft. Und ja, und da sehen wir dann mal weiter. Also geplant ist es, ob das Zusagen und so weiter, kann man natürlich im Moment gar nichts. Es ist ja alles offen, aber wenn es stattfindet, dann werden wir da beisein. Und da sind wir dann mal so richtig gespannt, wenn wir da aktiv auf einer Messe. Wir müssen auch einen Vortrag, was heißt müssen, wir dürfen, wir sollen, also einen Vortrag halten. Und wer der Aki kennt, der weiß, der hat schon einen fertigen Plan. Und nach dem Plan sind wir am Donnerstag und Freitag, nee, Donnerstag und Samstag sind wir dann ja richtig live auf der Bühne. Also so ist es auf jeden Fall mal geplant. Aber das erzählen wir euch dann alles nochmal kurz. Kommen wir nochmal drauf zurück. Soweit ist ja jetzt noch eine Weile hin. Was wollen wir noch? Ach, Frankreich. Frankreich, ja. Wir wollen nach Frankreich, aber die machen einen das ja immer schwerer. Ich glaube, man braucht ja auch einen Umweltaufkleber mittlerweile in Frankfurt. Den haben wir ja letztes Jahr doch schon besorgt. Den haben wir uns schon besorgt. Den haben wir. Und jetzt haben sie sich dieses Jahr eine neue Überraschung überlegt. Ja, aber das betrifft jetzt hauptsächlich also uns oder halt alle WOMO-Fahrer oder überhaupt Reisende, die über dreieinhalb Tonnen haben. Ja. Und wir haben ja viereinhalb Tonnen, das heißt so Aufkleber, die müssen drei Aufkleber hin, ja. Und wir sind jetzt schon am überlegen, wie man die am besten hin macht, ohne dass man sie... Das ist ja auch dann anschließend wieder wegmachen kann, weil eine Zierde ist das nicht, dieser Aufkleber. Und das soll für den Tote Winkel... Ja. Es ist eine Warnung für die Leute außen, dass das jetzt ein Fahrzeug ist, wo einen Tote Winkel hat. Also... Naja, okay, kann man jetzt drüber streiten. Eigentlich sollte das in der heutigen Zeit jeder wissen, dass solche große Fahrzeuge Tote Winkel haben und dann vielleicht auch ein kleines bisschen vorsichtig sein. Okay, das ist halt so. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, man hat mal das Gefühl, dass die Politiker eher Komiker sind, ja. Den Filsinn erschließt sich mir da nicht, ja. Nein, also eben... Aber Hauptsache ist der Bürger, ist wieder beschäftigt, ja. Aber wie das alles, und da gibt es dann übrigens auch ganz genaue Vorschriften, wie groß diese Plakette oder der Aufkleber zu sein hat und auch genau, wo man den hinkleben muss. Und also, wenn ihr vorhabt, nach Frankreich zu fahren dieses Jahr, im Moment eh etwas schwieriger, aber irgendwann wird es ja auch wieder gehen, dann denkt dran, macht euch kundig. Wir müssen das nämlich dann auch erst noch genauer uns kundig machen, nur dass ihr vielleicht schon im Hinterkopf habt, hoppla, da war was. Am besten ADAC kundig machen, der kennt sich da aus. Eben, und das betrifft die Fahrzeuge über dreieinhalb Tonner. Genau. Was haben wir noch, Ursi? Dann wollten wir auch noch sagen, zu der ganzen Covid-19-Problematik wollten wir nochmal Stellung nehmen. Das ist natürlich eine blöde Situation. So was, es ist eine Ausnahmesituation. Und natürlich ist es für jeden unbefriedigend, ja. Und es hat auch unsere Gesellschaft ganz schön gespalten. Also auch wir sind auf Unverständnis gestoßen für das, dass wir das Ganze ernst genommen haben. Es haben auch Freundschaften darunter gelitten. Jawohl, leider, was wir natürlich sehr bedauern, aber anscheinend ging das dann nicht mehr. Und ja, es tut uns furchtbar leid, dass das so weit gekommen ist. Aber da stehen die Meinungen zu weit auseinander. Und es hat dadurch halt einfach im Moment leider keinen Sinn. Ich muss mal ganz klar sagen, ich bin durchaus ein kritischer Bürger. Aber diese Corona-Leugnung, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und Ärzte schon gleich zweimal gar nicht. Ich meine, jeder, der Fernsehen schaut, als wenn man sich natürlich nur YouTube-Videos anschaut von irgendwelchen, wie sagt man, Weltverschwörern, ja. Ja, Querdenker, Weltverschwörern. Ja, wenn man sich diese Videos anschaut, dann ist schon klar, dass man hier nur gedämpftes Wissen hat. Man sollte halt einmal in die Nachrichten reinschauen. Ich meine, wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen. Wir sind ein, also wenn es einen demokratischen Staat auf der Welt gibt, dann ist Deutschland mit Sicherheit dabei, ja. Und wer dann da solche Dinge macht, dass der Staat sowas macht oder Zwangsimpfung und Bechippen und lauter so ein Zeug. Also, entschuldigen bitte, da sieht es mir wirklich die Schuhe aus. Die Lage ist ernst, es sind zu viele Menschen dran gestorben. Dann werden sogar Fake News rausgegeben, dass die Todesfrage niedriger ist, was gar nicht stimmt. Ja, das haben sie in einigen Forums gepostet, ja. Also, es hat die Gesellschaft gespaltet. Wir sind uns einig, obwohl ja die Össi das auch immer nicht so ernst genommen hat. Nein, was heißt nicht ernst genommen? Wir sind da ja, wir heißen schließlich auch nicht alles gut, was so abgeht. Also, es ist nicht alles da und wir hinterfragen auch vieles. Ah ja, wir sagen, die Regierung hat einen Großteil versagt. Ja, also auf jeden Fall, also wir finden nicht alles gut, was hier so abläuft und aber wir, ja, wie soll man das jetzt einfach sagen? Wir sind einfach vorsichtig. Ja, genau, wir leugnen das auf gar keinen Fall. Das ist ein Unglück, was über die Menschheit weltweit herangekommen ist. Und jeder, der das leugnet und sich nicht die Bilder anschaut hat, die in gewissen Reportagen kommen, von verschiedenen Sendern und von verschiedenen Ländern, also, und sieht, was da los ist in den Krankenhäusern. Wer Ärzte noch nicht gesehen hat, wenn sie irgendwo in einer Sendung berichten, ja, also da muss ich wirklich sagen, der hat ein Brett vorm Kopf, ja, denn das Ganze ist ernst und es sind Leute dran gestorben und eine Tante von uns war im Krankenhaus, ist bearbeitet worden und ein Onkel, der ist mit Covid, nicht an Covid, aber mit Covid gestorben, ja, also, wer das heil überstanden hat, eine Infektion, der soll von Glück reden, ja, denn das kann auch ganz böse anders ausgehen, aber damit wollen wir es schon belassen, wir wollen ja die Welt nicht bekehren. Nein, wir wollten euch einfach nur sagen, dass also diese Pandemie, dieser Covid und das Corona auch an uns in dem Fall nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist. Wir sind bisher natürlich gesund, das ist klar, aber zwischenmenschlich gab es doch einige Probleme. Ja, und ich merke es auch, wir sind mittlerweile auch viel bequemer geworden, ja. Ah ja, das kommt jetzt dazu, wie er schon gesagt hat, wir sind ja eigentlich fast nur zu Hause, außer spazieren gehen und mal einkaufen, wir sind fast nur zu Hause und wir müssen feststellen, wir werden immer Träger, ja, also man muss sich zu vielem Schauer richtig aufraffen, ja. Also wir sind natürlich froh, aber wir hoffen jetzt natürlich auch, dass es jetzt bald aufwärts geht, ist ganz klar und ja, jetzt kommt ja auch wieder der Frühling dann, also die bessere Jahreszeit, wo man dann vielleicht auch wieder mehr raus kann. Also wir sind ja, wir sind ja zwei, dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio gegangen, das ist ja auch permanent geschlossen, also da waren wir schon über ein halbes Jahr nicht mehr drin. Na ja, zwischendrin war es mal, ich glaube, zwei, drei Monate offen oder so und dann war jetzt wieder alles zu, Was wir machen, ist ein bisschen spazieren gehen und ich habe mir so ein Fahrradargometer zugelegt, auf den ich also mehrmals die Woche dann immer eine halbe Stunde trainiere, was mir auch sehr gut tut und insoweit geht es uns schon gut, aber es ist natürlich nicht das Leben und es geht natürlich, ich meine, wir reden hier auf hohem Niveau, weil uns geht es ja, wir sind ja berendet und insoweit geht es uns diesbezüglich gut, also manche haben ihren Job verloren und wenn ich jetzt überlege, wir hätten noch zwei, drei kleine Kinder daheim, dann wäre es sicherlich auch noch viel problematischer. Ja, aber es ist ja auch, schau mal, wann haben wir unsere Kinder das letzte Mal gesehen. Ja, unsere Enkelkinder, über Weihnachten waren wir alleine, ja. Ja, die Weihnachtsgeschenke liegen immer noch zu Hause, also von daher, es beeinträchtigt unser Leben genauso. Ja, also, wie alle sind wir natürlich auch nicht glücklich drüber und das Ganze geht jetzt ein Jahr vor etwas, ne, noch nicht ganz, ja, aber trotzdem, wir sind guten Mutes und wollten uns melden. Mhm, und ihr wisst jetzt, also uns geht es gut, das ist einfach jammern auf hohem Niveau, was für uns jetzt einfach ist, aber okay, so haben wir es jetzt halt einmal gesagt, dass es uns auch nicht so toll geht jetzt. Doch, es geht uns schon toll. Den Umständen entsprechend. Ja, so heißt der schöne Satz. Nein, uns geht es gut und natürlich hoffen wir, dass es euch auch gut und ihr auch verschont geblieben seid von der Krankheit. Und ja, und jetzt warten wir natürlich alle, dass wir endlich wieder reisen können. Wir haben vor ein paar Tagen in Facebook diskutiert, viele, die haben sich ja neue Wohnmobile gekauft, ja, die stehen jetzt rum, die waren teilweise einmal unterwegs oder noch gar nicht unterwegs, ja, einer hat geschrieben, er übernimmt heute sein Wohnmobil, ja, und ist gleich im Lockdown drin, das ist natürlich wieder... Das ist natürlich noch viel schlimmer, ja. Ich bin nur gespannt, was passieren wird dann nächstes Jahr, sollte die Reisefreiheit wieder unbeschränkt möglich sein, weil die Welt dieses Virus besiegt hat, dann bin ich gespannt, wie der Wohnmobilmarkt ausschaut mit gebrauchten Geräten, wenn die Leute wieder Flugreisen machen können, die sich ein Wohnmobil gekauft haben und deren Welt es nicht ist. Ja, ja, und das haben sich ja wahrscheinlich viele, ein Wohnmobil oder halt Kastenwagen oder also ich sage jetzt einfach Wohnmobil, weil da zählt natürlich alles dazu, was so mit dem Camping zusammenhängt, die das gekauft haben, weil sie gedacht haben, das ist die einzige Form, wo man noch in Urlaub gehen kann. Und dann mussten sie feststellen, hoppla, das geht ja auch nicht. Man darf ja nirgends hin, Campingplätze zu, Stellplätze zu, es ist nicht erwünscht, touristisch zu reisen, man soll nicht übernachten, also und jetzt stellen sie fest, so toll ist das jetzt auch wieder nicht. Also da gibt es bestimmt der ein oder andere, der dann sagt, okay, wir verkaufen alles wieder. Ja, also ich denke, der Wohnmobil... Ja, das könnte das schon auch sein. Der Gebrauchtwagenmarkt wird in ein, zwei Jahren gut bestückt sein. Ja, also davon gehe ich auch aus und eben, die sind dann vielleicht auch gefrustet, weil überall gibt es keine Plätze, wo man sich hinstellen kann. Tja, alles ausgebucht, dann sind sie gefrustet und naja, warten wir einfach einmal ab. Wir haben unseren Kostel und den geben wir auch nicht mehr her. Nein, natürlich nicht. Ja, keine Frage. Nein. So, was haben wir noch, Usi? Nichts mehr. Ja, wenn wir nichts mehr haben, dann... Ja, wir wollten uns ja eigentlich nur melden und jetzt haben wir da gelabert und gelabert und... Dann verabschieden wir uns wieder ins Lockdown. Ja. Also, dann schließt ihr euch schön ein, wir schließen uns auch schön ein. Ja, also dann sagen wir einfach, tschüss, bis demnächst. Wir melden uns wieder, so wie es was da ist zu berichten gibt. Ja, und vor allen Dingen bleibt alle gesund. Auf jeden Fall, ja, haltet euch an die Regeln, bleibt gesund und macht den Arm frei. Ja, sofern es überhaupt was gibt zum Freimachen. Ja, also... Also, wir sehen uns, gell? Also, tschüss! Ja, wir sehen uns, gell. Also, tschüss! Musik Musik